Hallo again! Patsi und Dora sind für euch wieder am Start mit euch eine ganz angenehme, intensive Pilates-Zeit. Und wir starten wie immer im Stand. Du stehst am Ende der Matte, rolling up and down. Dein Kopf wird schwer, Kinn Richtung Brustbein. Du atmest langsam durch den leicht geöffneten Mund aus. Du schaust erst mal so beim ersten Runderrollen, was geht, was passt heute Morgen. Die Beine gestreckt oder vielleicht so ein bisschen die Knie angewinkelt. Dann geht es wieder nach oben. Dabei atmest du durch die Nase langsam ein. Und mit dem nächsten Ausatmen wieder. Der Kopf wird schwer, Kinn, Brustbein, Schulterblätter fallen auseinander. Die Arme fallen schwer Richtung Boden. Vielleicht schon so ein Millimeterchen mehr. Immer wieder schauen, ob es passt heute Morgen. Wenn du möchtest, die Wirbelsäule visualisieren wie eine Perlenkette. Und nochmal, nochmal. Und unten angekommen, laufen deine Hände dann nach vorne. Krabbel, krabbel, krabbel. Und es geht langsam tief. Und auch hier gönnen wir uns nochmal eine Wirbelsäulen-Mobilisierung. Gehen in das Katzenbuckelchen hinein. Drehen uns im Kreis herum. Hier kannst du wunderbar sehen, wie bei der Patsi sich die ganze Wirbelsäule bewegen darf. Wie wir aufdehnen. Uns locker machen. Und dann langsam im Vierfüßlerstand ankommen. Nochmal die Hände richtig schön unter den Schultern dann platzieren und die Knie unter den Hüftgelenken. Wenn dir das Bild gut gefällt mit den Bauglötzchen, ja, stell einfach die Bauglötzchen immer schön übereinander. Das gibt mehr Stabilität. Und dann gehen wir von hier aus in eine diagonale Übung. Und dazu geht der rechte Arm nach vorne und das linke Bein gleichzeitig nach hinten. Mach dich nochmal lang. Streik dich richtig schön. Dabei atmest du ein. Und beim Ausatmen, genau, wechseln wir nochmal. Linke Arm nach vorne, rechtes Bein. Dann bleibe hier und streik dich und dehne dich nochmal. Genieße die Dehnung diagonal über deinen Rücken. Und langsam wieder lösen. Wir gehen von hier aus in die Bauchlage. Die Knie gehen nach hinten, Oberkörper sanft absetzen. Genau, ruckel dich mal eng zusammen mit den Beinen, mit dem Popo vielleicht nochmal wackeln. Dann bringe deine Hände bitte erst nochmal neben Brust und Unterschulter. Vorbereitend ziehe deine Schulterblätter gefühlt nach hinten unten Richtung Hosentasche. Bleibe hier. Deinen Bauchnabel ziehst du ganz sanft Richtung Wirbelsäule. Drücke dein Schambein bitte etwas fester in die Matte. Löse langsam deine Hände und strecke sie nach vorne aus. Die Schultern bleiben weit weg von den Ohren. Bleibe hier, fühle noch einmal zentriert deine Körpermitte und löse langsam die gestreckten Beine. Nun von der Matte weg. Arme und Beine schweben in der Luft. Ganz langsam bewegen sich nun Arme und Beine diagonal. Wir starten mit dem Swimming. Ganz genau. Bringe Bewegung in deinen Körper. Arme und Beine im langen Hebel bewegen sich. Schön schnell das Atmen nicht vergessen. Und deine Kraft kommt aus deiner Körpermitte heraus. Sehr gut. Bleibe, bleibe, bleibe. Noch ein paar Atemzüge durchhalten. Kleine ein bisschen länger. Wir gehen jetzt hier in eine kleine Pause. Entspanne dich kurz. Stirn ablegen. Vielleicht nochmal ein bisschen mit dem Popo wackeln. Das nimmt immer die Spannung aus dem unteren Rücken heraus. Genau. Beine bewegen. Relax. Wir bauen unser Powerhouse wieder auf. Das heißt Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Das Schambein drückst du wieder fest in die Matte. Beckenboden nimmst du leicht mit dazu. Und streckst nun deine Arme weit nach hinten. Die Handinnenflächen zeigen zu Hosennaht. Ganz langsam. Stufe 1 heben wir nur den Oberkörper an. Einatmen. Das geht nach oben. Ausatmen tief. Schau was geht heute. Einatmen hoch, hoch, hoch. Langsam und präzise. Ausatmen. Durch die Nase ein. Leicht geöffneter Mund. Ausatmen. Variation 1. Variation 1. Ein bisschen herausfordernder, nur wenn du möchtest. Variation 2. Die Beine kommen mit dazu. Oberkörperbeine. Anheben die Beine. Erstmal im Wechsel. Rechtes Bein und linkes Bein. Dein Atem fließt. Dein Atem fließt. Erinnerst du dich an unsere Pilates Grundprinzipien. Konzentration. Konzentration. Achtsamkeit. Atem durch die Nase ein. Leicht geöffneter Mund aus. Und der Körper mit der Atmung bewegt sich in Bewegungs- und Körperharmonie. Variation 3. Nur wenn du es mal ausprobieren möchtest. Beide Beine gestreckt nach oben. Spüre die Kraft, die nun entsteht im unteren Rücken, in der Gesäßmuskulatur. Eine wunderbare Übung, intensives Training für deinen unteren Rücken. Nochmal, nochmal. Und dann gönnen wir uns wieder ein kleines Häuschen. Aus der Bauchlage heraus, indem du wieder die Hände neben Brust und Schulter setzt, gehen wir in die Seitenlage. Positionswechsel. In der Seitenlage wollen wir eine wunderbare Übung machen für die Taille. Und zwar den sogenannten Sideband. Und auch hier bieten wir euch erstmal wieder die Position 1 an. Ganz wichtig hier wirklich ist, dass du darauf achtest, dass Ellenbogen und Schulter in einer Linie stehen. Und das gibt dir auch mehr Kraft für die Position. Die Beine bleiben in der ersten Variante erstmal angewinkelt. Und die Patze hebt jetzt ganz langsam das Gesäß an. Und die Taille geht nach oben. Wir lösen den Arm. Strecken ihn nach oben aus. Bleibe hier. Den Bauch schön fest. Jetzt wieder das Powerhouse aktiviert. Arbeite aus der Kraft der inneren Mitte heraus. Und ausatmen. Senke den Arm tief. Die Hüfte darf ein bisschen absinken dabei. Und wieder einatmend. Streck dich nach oben. Und wieder aus. Und ein. Gönne dir einen schönen, langsamen Bewegungsablauf durch die Nase ein. Ausatmen. Je langsamer und achtsamer du weißt Bescheid, desto mehr bist du verankert in deinen Pilates-Grundprinzipien. Das Ohr ist ganz weit weg von der Schulter. Das heißt, du bist aktiv im Unterarmstütz. Eine wunderbare Übung, die dir auch den oberen Schultergürtel intensiv kräftigt. Bei der Variation 2 streckst du dein oberes Bein ganz genau. Drückst die Fußinnenkante in die Matte. Und bewegst dich wieder fließend ein- und ausatmend. Die obere Hüfte strebt nach oben. Nochmal, nochmal. Und ihr wisst ja Bescheid, mehr geht immer. Die Variation 3. Nur wer Lust hat, dazu werden beide Beine gestreckt. Sorge wieder für gute Stabilität. Das obere Bein, der obere Fuß kommt nach vorne. Sehr schön, ganz genau. Und wieder ein. Und aus. Ganz wichtig wieder, Ohr und Schulter in einem weiten Abstand. Nimm ein bisschen Druck weg von der Handwurzel. Und gib mehr Kraft bis in die einzelnen Finger hinein. Noch mal, noch mal. Und langsam lösen. Wir wechseln direkt die Seite. Das heißt, da wo vorher der Kopf war, jetzt die Beine. Die Position wieder sauber aufbauen. Gelenk über Gelenk stellen. Variation 1. Und da würde ich empfehlen, dass du immer erst mal mit dieser Position auch anfängst. Ist auch schon, unter uns gesagt, anstrengend genug. Wieder fließend in der Bewegung. Den Kopf schön gerade halten. Hals in Verlängerung. Der Gesamtwirbelsäule. Hochschulter, hoher Schulter, großer Abstand. Super. Sehr schön. Variation 2. Das gerne mal ausprobieren. Wenn es heute gut klappt, direkt spielerisch in die Position 2 gehen. Und wenn du das Gefühl hast, heute rockst du alles, natürlich gerne die Position 3, in dem beide Beine gestreckt werden. Die Hand wird sauber positioniert. Es geht nach oben ein und aus. Ganz genau. Sehr gut. Kraft aus der Mitte wiederholen. Keine Angst vor den Stützbewegungen. Wir trainieren und stärken unser Handgelenk. Wir sind ja fast alle Schreibtichtäter geworden. Deshalb tut uns das mal gut. Und gerade bei den Stützübungen merkst du relativ schnell, wie die Kraft auch dort aufgebaut wird. Sehr schön. Dann könnt ihr noch mal eine schöne Dehnung. Rücken lang machen. So ein bisschen klein zusammenfalten. Die Hände bewegen. Genau. Die Finger öffnen und schließen. Den Druck aus den Handgelenken auch rausnehmen. Und Positionswechsel. Ganz langsam rollst du dich dann auf. Und es geht über die Seite in die Rückenlage. Den Oberkörper lege ganz gemütlich ab. Kopf locker und entspannt. Und die Füße stellen wir auf. Achtet darauf, dass deine Fußgelenke unter den Kniegelenken stehen. Die fährst recht nahe zum Gesäß. Und für das sogenannte Bridging rollst du dich langsam nach oben. Wirbelchen für Wirbelchen. Als ob so kleine Fädchen dich an den Hüftgelenken zur Decke ziehen. Und es geht ausatmen. Tief. Und wieder einatmen. Nach oben aufrollen. Gerne visualisiere deine Wirbelsäule wieder als Perlenkette. Und achtsam legst du die Perlchen von der Matte weg. Und achtsam wieder zurück. Lass dir Zeit. Genieße noch einmal die Mobilisierung mit deiner gesamten Wirbelsäule. Die Aufdehnung im Hüftbeuger. Ein letztes Mal. Nach oben ein durch die Nase. Und ein letztes Mal ausatmen. Den Rücken legst du wieder gemütlich auf der Matte ab. Und dann strecke langsam deine Beine nach vorne aus. Schön eng zusammen. Und wir starten. Nehmen jetzt den Oberkörper achtsam langsam nach oben. Du atmest ein. Aus der Bauchkraft heraus strecke deinen Rücken. Atme ein. Die Arme gehen nach oben. Und ausatmen. Becken kippt. Kinn Richtung Brustbein. Und langsam wieder tief. Einatmen. Die Arme nach hinten nehmen. Und ausatmen. Kopf beginnt. Halswirbelsäule. Brustwirbelsäule. Unterer Rücken. Streck dich nach oben. Atme wieder ein. Kinn Richtung Brustbein. Oberer Rücken rundet. Und langsam wieder tief. Einatmen. Die Arme nach hinten. Und wieder Powerhouse aktivieren. Aufrichten. Ein letztes Mal. Bewusst nach oben ein. Und sorgfältig langsam ausatmen. Arme nach hinten nehmen. Ein tiefer Einatmungzug. Und ausatmen. Die Arme locker entspannt. Neben den Oberkörper. Für Rolling like a ball. Die Knie langsam zum Oberkörper. Kopf mit anheben. Und dann genieß nochmal. Bei dieser rollenden und schaukelnden Bewegung. Die Massage der langen Rückenmuskeln. Entlang der Wirbelsäule. Bauchkraft stoppt immer so ein bisschen. Und hält. Nochmal, nochmal. Dann kommen wir zum Sitzen. Und hier darfst du nochmal schön den oberen Rücken rund machen. Hände falten vor der Brust und richtig schön dehnen. Stretch. Genieß das mal. Besonders auch zwischen den Schulterblättern. Und einatmen. Die Gegenbewegung. Öffne dich ganz weit. Genießen. Und achtsam bleiben. Bis zum Schluss. Schulter kreisen. Ganz genüsslich. Gut gemacht. War jetzt schon ein bisschen herausfordernder. Freu dich auf unsere nächsten Sequenzen. Tschüss.